Das hin und wieder auf Clubshows oder auf Konzerten, die Rapper immer wieder irgendwelche Gegenstände ins Gesicht geschmissen bekommen, das ist wohl mittlerweile keine Neuigkeit mehr und also mittlerweile hat wohl glaube ich jeder Rapper in seiner Karriere schon sowas erlebt. Es ist natürlich ziemlich unschön, der Rapper AZ hat auf jeden Fall etwas von den Fans ins Gesicht geschmissen bekommen. Er hat das Ganze nicht auf sich sitzen lassen, wie wir AZ kennen, ist er ziemlich aggressiv, hat zugeschlagen, ist hingelaufen und dadurch ist eine kleine Schlägerei entstanden. Auf dem Video ist es auf jeden Fall sehr schwierig zu erkennen, was da genau passiert ist. Die Security ist mit eingestiegen und hat mitgeholfen, auf jeden Fall ziemlich heftig, meine lieben Freunde. Ihr könnt euch gerne das Video hier reinziehen und ich danke euch schon mal fürs Einschalten und wünsche euch einen schönen Tag und Peace and Out! . Hey, 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 hey. Hey, 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 hey.